Hallo Leute und willkommen zurück, ich bin's wie immer, euer Jan und ja, wieder Roadtokomander, mit dabei ist natürlich wieder... ...Dominable TLP mit einer kleinen Info, ähm... ...und zwar, aus Upload-zeitlichen Gründen, ähm, werde ich das Roadtokomander wohl nicht mehr auf meinem Kanal hochladen, dafür jetzt... ...Commentaries und jetzt, demnächst die Woche irgendwann kommt ein Event von der Community... ...und ja, das wollte ich nur noch kurz haben. Ja, aber ich lad weiter hin hoch. Wollte ich aber, spielst du gerade? Ich habe gerade eine Barrette in der Hand und jetzt wurde ich geautorchanged. Oh, toll. Äh, kann ich denn rüber? Ne, dann werde ich auch noch wieder geautorchanged. Muss ich mal ein bisschen warten. Ja, wo sind die? Hab ich gerade von hier einer geschossen? Ne, von der anderen Seite, okay. Okay, lol. Okay. Also meine Waffe, die ich jetzt in der Hand habe, ist glaube ich eine, ähm, 4-Karabiner. Ja, hab ich auch. Wo ist denn der, der hier die ganze Zeit schießt? What the fuck, man. Da ist der. Toll. Ja, wie ich dich nicht getroffen habe, ey. Dann hat der andere mir den genommen. Er hat dich genommen. Whatever. Leute, in dieser Klasse habe ich den Raketenwerfer mit? Okay, ich glaube, dann habe ich den noch nicht fertig gehabt, die Klasse. Raketenwerfern habe ich eigentlich noch nie mitgehabt. Ja, wir machen schon Raketenwerfer. ScheißTuber. Das Team geht hier nicht so gut mit Raketenwerfern. Ja, ich sollte auch. Scheiße, Alter, ich hatte keine Muni mehr. Nein, nicht Materium. Ach. Mann, jetzt bin ich einfach Blitzschlag gestorben. Nein, das war ich. Trotzdem, ja. Ich weiß, aber trotzdem bin ich von Materium weggerannt. Außerdem, was hast du immer mit deinem Blitzschlag? Ja, keine Ahnung. Ich habe zu viel WV2 gezackt und dann habe ich teilweise... Oder eine Zeit lang halt nur Blitzschlag eingepackt. Und jetzt habe ich mir angewendet, Blitzschlag und nicht Luftschlag zu sagen. Weil, auch wenn es überall Luftschlag nicht heißt. Keine Ahnung. Lass mich drüber. LOL. Ja. Deck mich. Ich nehme gleich für diese Runde noch die AK. Vielleicht nicht auch mal die M4. Nur... Ich habe vergessen, dass ich die Klasse noch nicht fertig hatte. Ich will einen Rotpunkt für meine M4 haben. Ich auch, aber... Ich habe da jetzt... Raketenwerfer Überschall... Fick dich. Campt da nicht. Überschallknall und noch irgendwas. Ist da einer Rubsch? Nein, nein. Verbündeter Rubschrauber fehlen. Du darfst sagen, ich Campt? Campt? Nein. Nein, gar nicht. Du hältst mich. Ich lauf hin und kitz mich wieder fast. Ah, uh, Penis. Zitat vom Kumpel. Haha. Wie soll man am WoW spielen? Ja, ich habe mal WoW gespielt. Leck mich, Alter. Was stellt ihm als Bestes dazu ein, als der Bruder ins Zimmer kommt? Au, Pille, ne? Ich traue mich hier gar nicht weg, Mann. Alter. Ja. Jo, ich packe mir gleich erstmal Raketenwerfer rein, dafür nur, wenn mir die Helis auf Eier gehen. Jo. Loil. Ich saß hier gerade im Haus und sehe auf der Karte irgendwie drei oder vier Gegner. Dann warte ich einfach alle und habe es sogar noch geschafft, die alle zu killen. Und dann konnte ich Drohnen... Ich hasse den Heli, der Heli ist so ein Noob, ne? Dann konnte ich nicht mal Drohnen einsetzen, weil ich direkt Luftschock gekriegt habe. Ich habe auch... Ja, ich habe Heli. Ich habe genau zwei gekillt mit dem Luftschock. Ey, ich habe Luftschock gesagt. Wuhu. Geht's jetzt. Danke. Ey, komm, ich habe keine Lust. Ich kann jetzt schon so wieder ausmachen. Ich kann jetzt schon so wieder ausmachen. Komm, mein Blitz. Warte, wie kann ich denn changen? Oder kannst du changen? Dann müssen wir ja mal gucken. Äh, du könntest changen, wenn du möchtest. Ah, ich gucke gleich mal. Ja. Boah, ich habe keine Muni mehr. Bitches? Ne, M4. Call it LPD. Nein. Nein. Ich habe keine Muni mehr. Fuck it. Alter, zock. Gib mir einfach eine Waffe. So, MG und... Und da. M4 Korabiner, die wollte ich. Cool, im Dorfpunkt sogar. Ey, du bist ja bei mir. Find... Ich will jetzt nicht einfach durchdrennen. Dann werde ich wieder sterben. Das weiß ich jetzt schon. Leute, da hinten spawnen die alle. Da war keiner. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, die aggressiv drauf zu gehen. Weil ich dann eh sterben werde. Aber ich würde auch nicht campen oder so. Nice. Und wie läuft's... Leul. Ja, dann tuket er mich weg. Really? Leck mir die Eier, man. Leck mich fett. Ich dachte nur call it LPD, bitches. Oh, mit Granate gekillt. Nein, nicht Materium. Leck mich. Oh. Ich hasse Materium, man. Jetzt habe ich die Tube-Waffe aufgehoben. Man seht keinen Tube mehr drin, glaube ich. Nichts anhand, ich habe keinen Tube mehr. What? Machen wir mal Terium. So, Rona. Okay, das scheint ein Gegner zu sein. Ist der oben oder unten? Ich habe Angst. Oh, okay, der gehört zu mir. Hm. Das heißt, der ist unten, der Gegner. Gegner. Toil. Der war ein Gegner, der hat einfach auf den Boden geguckt. What? Weil jetzt habe ich einen Luft-Shark. Wieder. Ah, da hin. Ist er auch wieder ein Gegner? Ne. What the fuck, wo ist der? Ich sehe den ganzen Tag Gegner auf der Karte. Aber ich... ...findste den nicht. Ich habe wieder einen... Ich auch. Nein, ich muss er auch raushauen. Nein. Da ist gerade einer draußen. Was? Da ist gerade einer draußen. So. Ich dachte, du hättest ihn ja auch rausgehauen. Nein, einfach. Weil ich nicht dafür machen. So. Geht doch. Also dieser Server gefällt mir. Ich habe gerade einen mit drei LPD-Schüsse getötet. Okay. Ich hatte nur noch drei LPD-Schüsse, war zu voll nachzuladen, und dann kommt der Typ entgegen. Den hat sie leider erwischt. Ja, was kommt der da auch einfach? Ah, der andere Server mit den Predators war cooler. Ja, auch wenn die Predators scheiß programmiert sind. Ja, das war lustig. Die kommt man voll nicht steuer. Man hat immer Schaden gekickt, wie man die hinfeuert. Hat aber Spaß gemacht. Ja, hat's auch. Das war auch ganz cool, aber die müssten die mal noch mal versuchen, irgendwie anders zu programmieren trotzdem. Ja. Finde ich zu mindestens. Auf, um zu halten. Was denn du für einen Ping? Ah, du nur. Was soll ich denn? Schlechten Ping. Geil. Jetzt habe ich gerade Frame-Einbrüche, what the fuck, man. Ja. Nee, einbrüche nicht, aber. Müsste ich nur auf deinen Ping-Up-Nexter machen. So. Ja, wow, 31er Ping. Und? Ja, ich habe 27. Oh nein, nicht so hart. Alter, wie kann man... Das ist lustig, die Gegner spawnen hier gerade alle. Glaube ich. Zumindest sind die alle. Komm hier, lieferpiss dich. Ja, mein eh nicht raus. Meine Fresse, Mann. Immer wenn ich meinen raushauen will. Ich habe eine 15er Street Guard. Ein 10er. Ah, nicht Granate. Oh Mann, die würde ich mir... Alter, die haben alle Materium, Mann! Was habe ich gerade für... What the fuck, Mann. Ich habe gerade ein paar... Nein, von hinten! Ich hatte fast 20er. Ich habe gerade ein paar... Keine Ahnung, mehr Frame-Einbrüche sind das glaube ich nicht. Die sind einfach gut klar. Keine Ahung. Mal gucken, ich stelle gleich mal kurz was um, wie ich bei MW3 das immer umstelle. Und wie findest du den ganzen ECOV? Äh... Besser. Cool. Ja, ne? Hier ist eine Scopey, ich schieße die ganze Zeit auf mich, ich bemerke die nicht auf einmal, drehe ich mich um, kill die. Nein! Du spielst mit der AK, Alter. Ja, ich habe ja... Wie gesagt, ich habe ein Ding ins EM4, habe ich ja die falschen Ding ins... Ich habe eine APD-Nerd, Mann. Na, ich mag MW3s irgendwie nicht so. Ich habe mal bei MW3 eine Zeit lang mit einem MW3, ich weiß nicht mehr welches, das war... gespielt, das war lustig irgendwie. Nein! Boah, ich dachte gerade, äh... ich hätte einen Gegner gekillt, weil meine Granate angekillt hat, und dann lerne ich ja so auf, und dann bin ich einfach nur weggerannt. So, wenn... ich kriege meinen Heli nicht mehr rausgehauen, das werde ich mich leicht angepasst übers Spiel. Okay, die Gegner sind irgendwie... 2x Materium am Arsch. Alter, warum... Was ist das für ein Server, das die alle Materium haben, ey? Ja, komm, hier. Okay, wieder in die Hand. Wie? TfE. Nein! Leck mich! Jetzt bin ich doch noch vom Materium okay, ich bin jetzt auch dumm gelaufen, ich bin in die Granate rein, aber trotzdem werde ich das nervt. Alter, wieso haben wir alle Materium? Das ist der erste Server... wird so wahrscheinlich auf dem Server nicht verboten ist. Ja, na gut, das kann sein. Aber trotzdem... Ist das wirklich der erste Server, wo ich überhaupt... Ja gut, überhaupt vielleicht nicht, aber so viel, weil hier hat ja wirklich jeder von den Gegner Materium. Boah, meine Fresse! Bitches, man! Ich will meinen scheiß Heli auch mal raushauen! Jau! Toll! Will dich! Toll! Ich hab mich ja nochmal gekillt! Hä? Ich wusste nicht mal, dass es noch ein anderer war. Wo sind denn hier? Hm... Immer nur COD... Hat mir gerade jemand geschrieben. Ja, ich hab so eine Granate, auf einmal läuft ein teammate davor und ich werf die auf den. So... Game vorbei. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier wieder Cut, ne? Wie immer. Ja, gut. Ja, eine neue Herausforderung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... Äh... Ciao! Ciao!